Wenn die Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäftes sich auf den Verkauf oder Kundenservice konzentrieren können, dann haben sie das auf Teamwork zu verdanken. Als Dienstleister überträgt das Unternehmen den eigenen Slogan »And it works« auf alle Hierarchie-Ebenen seiner Kunden. Seit 1989 unterstützen Teamworker verschiedene Handelsunternehmen im Bereich In-Store-Logistik, ob Regalservice, Kasse oder Umbauten. Die Kunden profitieren von optimaler Warenpräsenz, Verringerung des Lagerbestandes, professioneller Außenwirkung und weniger Kundenstörung. Dadurch können die Händler den Umsatz verbessern, die Kosten senken, die Mitarbeiter entlasten, das Image verbessern. Das zukunftsweisende Konzept wurde bundesweit erfolgreich in über 1000 Outlets umgesetzt. Die besondere soziale Innovation dieses Unternehmens besteht darin, Arbeit für Geringqualifizierte und Arbeitslose entwickelt, aufgebaut und gesichert zu haben. Mehr als 8000 Menschen haben hier eine Beschäftigung gefunden. Mehr als 50% der Führungskräfte sind Frauen. Jährlich wandelt Teamwork zahlreiche Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze um. Als Dienstleister investiert Teamwork vor allem in die Fort- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter, in die Organisationsstrukturen und in die Internetplattform für Kunden und Mitarbeiter. Teamwork, die Böttgen GmbH, zeichnet sich durch Engagement in Sport, Gesundheit oder Bildung aus. Besondere Aufmerksamkeit erfährt die Fürsorge für die Mitarbeiter und deren Angehörige. Teamwork, die Böttgen GmbH, zeichnet sich durch Engagement in Sport, und die Böttgen GmbH, zeichnet sich durch Engagement in Sport,